Mein Gefährte sog die klamme, kalte Luft der Gruft ein. Sie schien ihm Kraft zu geben. Ich stand unter der Tür, zwischen Licht und Dunkel. Der letzte Rest meiner Vernunft beschwor, mich nicht einzutreten. Aber diese Stimme war jetzt nur noch ein Flüstern. Als wir tiefer und tiefer in die Gruft eindrangen, bemerkte ich eine Veränderung an meinem Gefährten. Er schien kräftiger zu werden. Ich konnte in der Dunkelheit kaum etwas sehen, aber mein Gefährte schien den Weg zu kennen. Schließlich kamen wir zu einer großen Halle. Da wurde mir klar, dass ich mich die ganze Zeit geirrt hatte. Mein Gefährte hatte keine Kraft gewonnen. Er hatte den letzten Rest seiner Menschlichkeit verloren. Er bewegte sich mit bämonischer Schnelligkeit. Und dann, und dann seid ihr aufgetaucht. Gut! Die hier gefangene Bestie darf nicht befreit werden. Nicht einmal von euch! Die hier gut ist nicht aufgetaucht. Gut! Gut! Steht her, was Sie mir angetan haben. Befreit mich! Hilf mir! Er beschwor mich, ihn zu befreien. Schnell! Bitte befreien! Nein! Macht es nicht! Na, Ihr habt soeben den Untergang dieser Welt besiegelt. Ihr könnt Euch nicht vorstellen, was Ihr heute angerichtet habt. Geht zum Tempel des Lichts, im Osten, in Kurast. Dort wird Euch die Höllenpforte aufgetan werden. Ihr müsst den Mut aufbringen, durch diese Pforte zu treten, Marius. Bringt die Steine Eurer Hand zur Höllenschmiede, wo er zerstört werden wird. Jetzt lauft! Nehmt die Steine um und lauft! Und das hier wird eine reine informelle Folge. Aber da ich mir den ganzen Text nicht alleine geben will, ist bei mir die Zauberin im Körper eines Mannes. Ja, hier ist der Gekko-Climber. Und ja, ähm, das wird jetzt wieder etwas gemütlicher heute mal so zur Abwechslung. Kein Monstergemetzel und deshalb wird auch die Armee von unserem Totenbeschwerer nicht sonderlich viel zu tun haben. Nämlich vom Nobby-Retro-Wahnsinn bei diesem regnerischen Wetter in der Stadt Kurast. Und wir haben nur noch drei Skelette, weil wir immer noch keinen Nachschub bekommen haben. Brauchen wir aber nicht, weil wir machen Bummel-Video durch die Stadt. Und erklären kurz unsere Charaktere, was gespielt haben. Genau. Okay, fangen wir an mit Radli. Okay. Willkommen in Kurast, junge Zauberin. Nur noch wenige kommen freiwillig in diese alte Stadt? Ne, schon lange nicht mehr. Ich hoffe, ihr seid bei klarem Verstand, denn Vernunft ist hier knapp. Mein Name ist Radli. Ich bin ein Zauberer. Metallbearbeitung ist meine Spezialität. Es wäre mir eine Freude, euch zu helfen. Heutzutage habe ich nicht viele Kunden. Meine Magie ist nur dazu dienlich, verzauberte Waffen herzustellen. Aber ich wette, eure wird diesem schrecklichen Übel ein für alle Mal ein Ende bereiten. Mögen die Geister von Skatzym über euch wachen und euch beschützen. Wie ihr sehen könnt, haben die Truppen von Mephisto die Bevölkerung brutal dezimiert. Die Kanäle sind rot von Blut und Dämonen streifen durch das Land. Die verdammte Dschungelhölle hat den größten Teil von Kurast überwuchert. Nur hier am Hafen werdet ihr Sicherheit finden, da ein magischer Schutzwall das Übel aus dem Dschungel fernhält. Aber ich weiß nicht, wie lange noch. Um alles noch schlimmer zu machen, haben die Kinder von Sarkarum sich mit den Truppen von Mephisto verdünnen. Die Sarkarum konzentrieren ihre Macht in der Tempelstadt-Tradikale. Guck bei den anderen Reihen, wenn es da weitergeht. Moment. Bei mir ist irgendetwas schiefgegangen. Da hat was komplett anderes gelabert, als ich es als Texteinblendung hatte. Gut, dann reden wir jetzt mit Messschief. Stopp, hier am Messschief hat man auch noch was zu gelabern. Ähm. Okay. Ah. Das ist eine gute Experienz. Tja, ich gab euch mein Wort und habe euch wie versprochen hergebracht. Aber bei allem was heilig ist, ich wünschte ich wäre nie an diesen verfluchten Ort zurückgekehrt. Dieser stinkende Dschungel kann nicht das einst stolze Kurast sein. Ich weiß nicht, was dies alles für übel sind, mein Freund. Aber ihr müsst sie aufhalten. Ich bete nur, dass ihr es schafft, ehe der Dschungel den letzten Rest meines geliebten Heimatlandes verschlungen hat. Gut. Dann. Ab zu Ormus. Ja. Ormus hier, mein Liebling. Moment. Okay, auf geht's. Ihr sprecht jetzt mit Ormus. Einst war er ein großer Magier. Doch heute lebt er wie eine Ratte auf einem sinkenden Schiff. Ihr habt Fragen an Ormus und zweifelt an euch selbst. Ormus sieht einen seltsamen Zwiespalt in euch. Wie in allen potenziellen Helden. Sprecht mit ihm und er könnte euch Weisheit gewähren. Oder wendet euch von ihm ab und sucht selbst nach Weisheit. Super. Klasse. Toll. Und Nobby redet auch immer in der dritten Person über sich. So, der Deckard will auch reden. Ach, der ist wieder mitgekommen. Der ist immer dabei. Wie willst du uns identifizieren? Stimmt auch wieder. 3, 2, 1. Ich habe das legendäre Kurast seit Jahren nicht mehr betreten. Aber ich hätte mir nie träumen lassen, dass es so verwahrlost sein könnte. Das muss Mephistos Werk sein. Ihr solltet euch auf den Weg machen. Diablo und Baal sind noch da draußen und ihr müsst sie finden. Wow. Dann ab zu Alkoa. Tja. Moment. Ihr müsst kurz auf mich warten. Eine Sekunde. Weil ich muss mir noch eine Zigarette machen. So. Dann kann es auch schon weiter gehen. Aber ich finde... Alkoa. Woher müssen wir denn jetzt? Alkoa. Alkoa hätten wir noch. Achso. Da oben. Wo wir den Vogel nachher abgeben. Hm. Jetzt spoiler doch nicht alles. Und... Ja, ist gut. Und los. Verdammt. Ich wünschte mir, ihr würdet mich einfach alle in Ruhe lassen. Ich... Ich... Oh. Ihr seid neu hier. Stimmt's? Ja. Ich bin Alkoa, der Alchemist. Ich stelle Tränke und Salben her und kann welche verkaufen, wenn er sie wirklich braucht. Aber lass das nicht zur Gewohnheit werden. Ich lasse mich nicht gern stören, wenn ich studiere. Toll. Kriegst du meine Axt an den Kopf, dann bist du ruhig. So. Wohin heißt Nächstes? Hier. Erstmal noch den Wegpunkt aktivieren. Gut. Okay. Wir können hier noch mit Dings sprechen, hier. Äh... Ashara. Achso, ja. Stimmt, die ist ja auch noch wichtig. Stimmt. Die ist ziemlich wichtig eigentlich. Gut. Wir kommen. Ähm... Alle lieben Ashara, weil die ist im nächsten Spiel wieder mit bei. So. Ja. Los geht's. Hallo, hallo. Ihr müsst ein großer Abenteurer sein, wenn ihr riskiert, hierher zu kommen. Mein Name ist Ashara. Ich bin die Anführerin der Söldnerbande von Magiern, die als Eisenwölfe bekannt sind. Wir jagen schon seit Monaten Dämonen im Dschungel, aber so viele wir auch besiegen, es kommen immer wieder neue. Es scheint, als wäre der ganze Ort vom Bösen überrannt worden. Es gibt Gerüchte, dass ihr gekommen seid, um zu helfen. Wenn das stimmt, überlasse ich euch einige meiner Söldner, aber seid vorsichtig. Wenn ihr es euch mit denen verderbt, können sie schlimmer als manche der Monster aus dem Dschungel sein. Glaube ich nicht, glaube ich nicht. Ne, 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 ne. Ach Gott, wir haben schon ganz andere Dinge gesehen hier. Bei Ashara können wir auf jeden Fall unsere Totensöldner wieder erwecken, wenn es denn mal sein sollte, dass sie sterben. So, dann reden wir jetzt mit Natalia. Sekunde, Sekunde. Ja, der Totenliebhaber hängt oben rum. Ich hab noch geguckt, was Ashara anbietet Schönes. Das machen wir nachher in Ruhe. Ja, ja. Wir machen jetzt eine Smalltalk-Runde hier. Deshalb haben wir auch wenig Zeit jetzt. Eins, zwei, Ava. Na dann. Seid gegrüßt. Ich habe von euren Taten gehört und bin beeindruckt. Nur wenige Sterbliche hätten mit den Dreien und ihren Vasallen so umspringen können. Mein Name ist Natalia. Ich jage das Böse als Mitglied eines alten Ordens, der geschworen hat, abtrünnige Zauberer zur Strecke zu bringen. Wenn ich könnte, würde ich mit Freuden an eurer Mission teilnehmen, die drei aufzuhalten. Aber ich muss hier auf weitere Neuigkeiten warten. Ich kann nicht vorhersagen, was geschehen wird, aber die Gefahr ist größer als wir ahnen. Bis ich meine Befehle bekomme, unterstütze ich euch mit allen Informationen, die ich habe. Wird nicht viel sein, würde ich behaupten. Ja. So, hier hinten, bei den Schmied. Ach, der ist gar nicht da. Der ist noch nicht da. Der steht doch noch am... Wir haben uns doch am Dock begrüßt. Ach, okay. Dann sind wir durch soweit. Oder fehlt noch jemand? Ne, wir haben alle angesprochen. Weil Radhi steht ja momentan hier. So. Um LP des 13 zu befriedigen, stellt Nobby seinen Charakter jetzt als erstes vor. Und dann der Gecko und zum Schluss ich. Ja, also mein Totenbeschwörer. Momentan befinden wir uns auf Level 20. Ich verteile meine Skillpunkte relativ sauber zwischen Stärke, Geschick und Vitalität. Energie brauche ja mein Totenbeschwörer nicht. Vitalität ist ein bisschen weiter vorne. Geschick für den Verteidigungswert, damit den Blockwert auch ein bisschen stimmt. Und Stärke, damit ich die Aussetzung auch tragen kann. Wir haben... Bei Widerständen sieht es noch nicht so schön aus, wie es sein könnte. Der Skillbaum, wie ihr seht, bewegt sich nur auf Skelette. Und da geht es auch weiterhin nur hin, weil da haben wir noch viel zu skillen. So. Im Inventar sehen wir... Da ist mein Helmchen, der wird definitiv in nächster Zeit ersetzt. Hier meine Waffe. Ich bin ja nicht so oft Kämpfen. Meine Rüstung. Konservierter Kopf. Wird auch so in der Richtung bleiben. Hier den anderen Krampfkampf. Und mein Söldner hat einen schönen Helm auf. Einen kleinen Gesocketen. Eine Rüstung. Und eine Sichel. So, das war's von meiner Seite aus. Gut, dann mache ich jetzt gleich mal als nächstes weiter. Und zwar... Ich spiele eine Zauberin, die Charakter werde. Ja, ich versuche die Stärke ungefähr so zu halten, dass ich meine Ausrüstung tragen kann. Geschick ungefähr genau dasselbe. Und ansonsten versuche ich ja... Vitalität und Energie. Also Mana ist bei mir regelmäßig knapp, wie man wahrscheinlich schon mitbekommen hat. In der Zwischenzeit. Und da gucke ich halt auch, dass da so ungefähr immer genug Vorrat da ist. Dann einmal schnell den Skillbaum. Ich gehe hauptsächlich Richtung Blitzmagie. Das heißt jetzt angefangen mit dem Kombo-Blitz, Blitzschlag und Kettenblitz. Und wenn ich denn ja mal mehr oder weniger Lust darauf habe, dann investiere ich auch mal den ein oder anderen Skillpunkt in Wärme. Damit sich bei mir der Mana-Vorrat ein bisschen schneller erholt. Dann gehen wir mal schnell ins Inventar. Das ist momentan noch relativ aufgeräumt. Es wird recht viel davon wahrscheinlich, sobald sich etwas Besseres findet, weichen. Sprich die Rüstung und der Helm. Waffenmäßig bin ich jetzt hauptsächlich auf den Bogen umgestiegen, damit ich dann mich schön im Hintergrund halten kann. Und dann nochmal kurz meinen Begleiter mit einem Dreizack des Eiszapfens und auch wieder einem Ringpanzer und einem entsprechenden Vollhelm. Ja, das war's dann von meiner Seite und jetzt ist der Ada dran. Ja, also wie man sehen kann, ich bin Level 21. Ich verteile hauptsächlich auf Stärke und Geschicklichkeit. Vitalität vernachlässige ich ein wenig, verteile ab und zu nur ein paar Punkte rein. Energie gebe ich gar nichts rein, brauche ich als Barbar eigentlich nicht. Jedenfalls nicht so wirklich. Ja, sonst die Widerstände sind noch sehr, sehr beschissen. Aber darauf kommt es beim Barbar auch nicht an. Und dann gehe ich mal ins Inventar. Ja, wie man sehen kann, ich habe eine gute Bänderrüstung mit 107. Die wird sich aber noch jetzt ändern, wenn wir hier einkaufen gehen. Ich habe mich auf Äxte spezialisiert. Und da habe ich eine feine Kampfachs des verstärkten Schadens. Aber auch die wird sich wahrscheinlich noch ändern. Dann den Helm, den Visier Ghoul Vollhelm. Sieht man, das ist ein Unique Item. Mit einer Verteidigung von 34 werde ich wohl so schnell nicht mehr hergeben. Dann habe ich noch ein Amulett der Macht mit plus 5 zu Stärke. Zwei sehr beschissene Ringe. Einmal einen eisernen Ring, der nur 34 zu Angriffswert dazu gibt. Und einen Ring der Stärke, der plus 2 dazu gibt. Dann habe ich noch ein paar Zauber im Inventar. Plus 3 zu Stärke. Und plus 13 Verteidigung, plus 4 zu Stärke. Damit ich nicht hier so schnell abnibble. Und dann gucken wir noch kurz in den Talentbaum. Da sieht man, ich habe nicht viel verteilt. Ich habe noch 6 Punkte übrig. Aber Schrei habe ich auf Stufe 6. Das ist im Moment, ja, wie man sehen kann. Es verbessert den Verteidigungswert für mich und meine Party. Das ist nie verkehrt, wenn wir zusammen unterwegs sind. Bei Kampfbeherrschung habe ich hauptsächlich auf Axt gesetzt, wie schon gesagt. Und hier unten habe ich erhöhte Ausdauer eins genommen. Und Eisenhaut auf Level 4. Weil die kann ich jetzt pro Level nur um einen Punkt steigern. Aber die erhöht halt meine Verteidigung. Meine Kampffertigkeiten habe ich gar keine gewählt. Ja, das war mein Charakter. Ja, meine Begleiterin ist tot. Daher kann ich die nicht zeigen. Okay, dann sind wir soweit durch. Gehen jetzt gleich noch eine Runde shoppen, würde ich sagen. Ja. Und beenden dann jetzt einfach mal hier die Folge. Und im nächsten Part geht es dann wieder in alter Manier weiter. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschö, tschö. Bis denn, tschüssi. 3, 2, 1, sie erfahrt. 3, 2, 1,l, Tschö. 1, Pfeift und 3, Lai. Vielen Dank.